Was mich bewegt an der Solarindustrie ist, dass wir in der Zukunft und auch jetzt schon die Möglichkeit haben, mit der Technologie sehr sauber, nachhaltig und wirtschaftlich ein eigenes Kraftwerk auf dem Dach betreiben zu können. Und was ich bewegen möchte in der Zukunft ist, das was ich jetzt die letzten sieben Jahre auch schon gemacht habe, nämlich eine Fabrik aufgebaut zu haben, das vielleicht in der Zukunft noch einmal zu tun für Solarmodule und durch das Engagement im Marketing diese ganzen Themen rund um erneuerbare Energie auch in die Köpfe meiner Leute, meine Bekannten in meinem Umfeld zu bringen und dadurch möglicherweise in Zukunft auch eine bessere, nachhaltigere Welt zu schaffen. Bei Sovelo, dem nachhaltigsten Solarmodulunternehmen der Welt, habe ich den Anspruch, nicht nur das Thema Social Responsibility und Nachhaltigkeit in den Vordergrund zu stellen, sondern auch über qualitativ hochwertige Produkte ein sehr nachhaltiges und langlebiges Produkt auf den Markt zu bringen. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank. Vielen Dank.